Ich bin neun und ich rappt Da sind wir schon gequittet Es wird eh nur 10 Parts Wir machen noch ungleichmäßig nur wegen Train Wir machen das nicht Bist du A9 und Raps? Naja du spielst immer T so richtig defensiv Ja soll ich rein pushen Ja mach ich doch auch Ja du siehst du das war dein Fehler grad Warum ich hab doch 5 Runden geholt Ja stimmt okay Dafür dass ich immer rot Ja aber dafür hab ich Und dafür hab ich Ding Die du hast ja auch nur reingelackt Ich bin halt gut Weil ich das ganze Magazin bei dir Verbraucht hab Vielleicht hast du dieses Mal die Du bist eh Apartment Naja genau du bist da Ja genau Endlich mal Junge defuse der mal die Bombe Ja ich kann dir nicht defusen Haha Hallo warum geht das nicht Ja geiles Spiel Bestes programmiertes Spiel der Welt Echt gut programmiert muss ich an der Stelle schon mal sagen Muss ich an der Stelle schon mal sagen ohne Witz Du musst du nehmen gut Programmiertes Spiel Also das fängt ja schon mal gut an Die erste Runde fängt gut an Du musst als Titel nehmen fast so gut wie well Fast so gut wie well Also besser geht das Spiel nicht mehr Ja das muss denn die Titel nehmen Fast so gut wie well Wofür Bomben die man nie defusen kann Also kann man ja glaube ich hat mal Dachten sich Bomben die man nicht defusen kann Das ist die beste Entwicklung oder die beste Erfindung Ja Und da habt ihr auf jeden Fall CSGO Gut nachgemacht An der Stelle Ja also als Titel musst du so nehmen fast so gut wie well oder Ja Fast so gut wie well Super gemacht Tolle Leistung Tolle Leistung Bis der A9 Jogi kann der mal aufhören wie so ein Elefant zu steppen Hm Hm Nur als ob du mich gesehen hast du Fetter Wefer Nee ich lauf weiter Weg Weg Ja defu Du musst schon sagen Also das ist gut programmiert Oder? Findest du WEX Anti-Sheets besser als das hier Ja Nur wirklich wenn ich mich entscheiden müsste ja Ja Dann würdest du also Also wenn der das Der Entwickler das hört Ich glaub der der Du hast den ganz übelst zerstört mit dieser Line Oder? Ja verdient aber Verdient 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 Zerstört Ich bin angesehen guck mal wie sie schon angestehen Junge Ich kann ja auch mal Jetzt Vergleichbar ist das einfach null Es bleibt ein gratis spiel weil es ein gratis spiel ist mehr als ein gratis spiel wird es auch nicht Nur weil es ein gratis spiel ist ja noch mehr schluck noch mehr das waren 50 hits genau Nur dass ich es gesagt habe ist es nicht dass ich es mache Ne wie ging es nochmal War von Feier Voll dem Ding von Die Drachenlord Weil ich jetzt gesagt habe stimmt es nicht dass ich es mache Nur weil ich etwas mache heißt es nicht nur weil ich Ne keine ahnung wie das geht Nur weil ich es mache heißt es nicht dass ich es mache Ne wenn ich etwas sage dass ich es mache heißt es nicht dass ich es mache Das ist auch nicht dass es an diesem tag kommt wo ich es angekündigt habe Die Sache mit angebung des lord ist ein witz Ein guter witz Das ist auch ein Urblocks Endlich geht mal was rein Das ist doch auch ein Urblocks so Nur weil ich etwas gesagt habe dass ich es mache Also nicht das ich es nicht Und das ist halt echt richtig lächerlich du hast eine runde halt so gut deswegen geschenkt Und der andere hat es eigentlich auch geschenkt bekommen Weil das spiel halt einfach weltklasse programmiert ist Dass man mit 3000 Ich weiß halt man reinschießen ist einfach auch physisch hin Das ist nicht mein Witz Nein Ne ne mit der Bombe hast du doch eine Runde geschenkt bekommen Ja das ist aber nur eine Runde was ist die zweite gewesen Da 50 Hütz Ja ich schieße doch auch mein halbes Mal Jetzt hätten wir zum Beispiel ein 3-3 Aber das spiel meint ja die Bombe geht ja nicht gefusen weil Weil es ein geil programmiertes Spiel ist Das ist immer gut programmiert Das muss ja natürlich geil programmiert sein Nur weil ich es mache Heißt das nicht dass ich es mache Nur weil ich etwas sage heißt das nicht dass ich es mache Ich bin 9 und ich greppe Ich bin 9 und ich greppe Ich bin 9 und ich greppe Ich habe die Übels eigentlich in den Headart eingeschossen Ja Junge ich kann die Bombe eh nicht defusen Dann rennen wir einfach weg das Ne ohne Witz kann ich nicht Warum geht das nicht Warum geht das nicht Also ich habe so eine Gammeldrecksscheiße man Ich habe defus geläust gehört Ja weil es kurz irgendwo angetippt wurde random Ich bin ganz auf der Bombe drauf es funktioniert nicht Was ist das denn alter So ein gammeldreckspiel ohne Witz so schlecht programmiert Was ist das für eine Scheiße In private sieht man wie heftig scheiße das Game ist oder Aber wie schlecht das einfach ist Funktioniert ja gar nichts In private sieht man die komplette Scheißlichkeit in diesem Weg Nur ein Dreckspiel Wir hätten genau Wir haben genau viele Punkte Normalerweise Es ist so lächerlich Das Spiel meint ja ich muss mal Ich weiß nicht wie man programmiert Machen wir das mal hier eine Unlösbare Bombe die man nicht defusen kann Funktioniert nicht weil wir einfach geil sind und dumm und blöd Wir haben keinen Plan von dem Spiel Wir sind einfach geistes zurückgeblieben Und können eine Bombe nicht Bescheid platzieren Oder irgendwie programmieren dass sie auch defusenbar ist Moin Was hast du noch mal gesagt dass du irgendwie 50 magazine für mich brauchst Du hast nachdem nicht gewonnen Nö Ja so genau so sollte es sein Genau Genau Weil ich ganz auf dem Kopf bin Ist so Ist so Ist genau Ganz seit OneTapst du angeblich Ich bin mal deine Eier alter als ob du jede Runde OneTapst Ne aber ich bin auf dem Kopf Ich bin so Höhepäckig Das ist so hoch Höhepäckig 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 Alter ich kriege Geld Achso, Perkplacement hier, Odo da. Was haben wir heute? Odo da. Ja, was hast du heute so dabei? Gar nix, Cola. Welche Marke? Coca-Cola. Also musst du jetzt noch Freeway schlecht reden, los. Musst du jetzt noch bei Freeway schlecht reden. Wie wär's? Freeway. Ja, musst schlecht reden jetzt noch. Mach ich. Mach ich. Junge, du bist doch ein richtiger Hacker, Mann, ohne Witz. Wieso? Der wollte immer reinlackst. Ich höre sich stepen und dann bist du on-site und dann bist du wieder da irgendwo anders. Und dann weißt du direkt, dass ich wieder Palace bin, genau, Hack. Ja, man hat ein Jump gehört. Was für Jump, ich hab nie mal gejumpt. Keine Ahnung, man hat's gehört. Ich kann ja nix dafür, wenn die Sound 2D so komisch sind. Zweimal. Ja, geh auch gar nicht down erst. Warum auch? Macht ja keinen Sinn. Ja, macht's auch nicht. Tausend, tausendfach gesprayt, aber ja. So ein Dreckspiel. Ist halt schlecht programmiert, was willst du machen. Was will man machen? Ich kann mir da überhaupt keine ES-11 vorstellen, weil das einfach so reingelackt ist. Kann mir das hier wirklich so schlecht vorstellen, einfach nur das ist, das kannst du mir doch nicht erzählen, das ist doch so richtig lächerlich. Das ist so richtig lächerlich, dieses Spiel. Das ist alles. So, jetzt raschen wir durch hier. Rasch, go beat. Aber dann ist auch wenigstens die Scheiße hier vorbei, weil auf die Kacke hat eh keiner Bock. Auf die Kacke hat keiner Bock. Wer will diese Scheiße sich geben? So, du hörst mich ja. Ich weiß, dass du B bist. Aber ich plane die Bombe, die gar nicht geht. Oh nein, ich krieg jetzt bestimmt ein Headshot. Du kannst die Bombe eh nicht defusen. Ey, wohnen wir das mal testen, ob es bei mir geht. Warum willst du, ja, so. Junge, wenn du sagst, testen, dann lass ich dich auch. Achso, ja. Du hast ja direkt einen Headshot, ich hab mich immer geschossen. Du hast ja nicht mal was gesagt. Junge, ich hätte direkt einen Headshot gegeben. Hey, das geht doch. Ja, genau, bei mir ging's aber nicht. Haha. 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 Oh no, super programmiert. Das Spiel mag nichts werden, oder? Oder ich weiß einfach nur nicht, welchen Code ich da eingeben muss, um die Bombe wirklich richtig perfekt zu treffen. Das ist der Code, glaube ich. Nur weil ich es mache, heißt das nicht, dass ich es mache. Wommler. Du kannst aber sterben, Alter. Juhu, ich bin auf dein Kopf, Alter. Mein Gott. Ja, nur zwei Hitze, Arme. Ich hab dir mein ganz Magazin eingeschissen. Juhu, ich hab dir drei Headshots gegeben, du brauchst gar nichts sagen. Was willst du eigentlich? Du brauchst überhaupt nichts sagen. Was willst du eigentlich? Sorry, dass du das Spray nicht kannst. Ja, auch von der Deagle den Spray, genau. Einfach nur Headshot, gut ist. Nur weil ich es mache, hast du nicht, dass ich es mache. Hack war, ich war als erstes geschossen. Hack, sieht man in der Aufnahme. Fett. Wusstest du, dass du spielst, 16 Tickets? Ja, Weltklasse programmiert wie immer. Ja, wie viel hat nochmal Overwatch in CISCO 32, oder? Wieso Overwatch? In CISCO? Hat glaube ich 32 Ticks. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das hat der unter das. Nur weil ich es mache, heißt das nicht, dass ich es mache. Ohne wie ich dich einfach gehört habe. Ich weiß, ich rush durch gerade. Habe ich den nicht gegeben? Ha, mit der Glock. Ja, aber guck, du kannst die Bombe defusen. Was? Ja, du hast du das. Haha. Was will dir jetzt? Cool, oder? Ist gut programmiert, oder? Hä, aber wieso ist das Spiel so dumm? Wieso kriege ich nur 3.800? Ich habe die Bombe geplantet. Und ich habe nichts gekauft. Genau, mit 1.900. Ich glaube, ich spinne. Das Spiel ist ja richtig schlecht. Ich habe jetzt überhaupt keinen Plan. Ich glaube, der Typ hat es mehr. Der ist Silber 1 bestimmt immer noch. Das ist locker Silber 1. Ich garantiere, der Typ, der das programmiert hat, der ist Silber 1 und scheiße in dem Spiel. Der ist Silber 0, der hat, glaube ich, Wood-Rank. Der ist unter Silber. Nur weil ich es mache, heißt das nicht, dass ich es mache. Ja, genau, ich war hinter der Wand, Hack. Okay, jetzt habe ich dich reportet. Jetzt habe ich einen Beweis, so. Du wirst jetzt gemeldet. Gemeldet. Jogi, du Huse, der werde ich wegen dir gemacht. So, gemeldet, fertig. So, Leute, sein Roblox-Account heißt Spend, Y und T. Alle bitte mal melden. Danke schön. Morgen ist nichts mehr. Tschüss. Warum so scheiße? Kannst du mal sterben? Kannst du mal sterben? Endlich. Ich habe mein ganzes Magazin geballert auf dich und du lebst, Alice. Ja, ich habe mein drittes Magazin schon auf dich geballert und du lebst. Du, jetzt musst du reportet. Was willst du überhaupt? Du hast mich hinter der Wand noch headshotet. So, reportet. Jetzt kannst du nichts mehr machen. Sein Name heißt Joker Gamer. Okay. Hahaha. Hätten wir nicht gedacht, dass dein Name Joker Gamer okay heißt. Genau, alles. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. So, nee, jetzt, jetzt wirst du Lifetime gebannt. Nee, schau. Jetzt wirst du persönlich von mir gebannt. Ich werd gebannt. Ey, ich hätte sogar einen Running Gag. Aber das sag ich nicht. Das wird spontan einfallen. Nee. Nee. Ja, wirst du dann schon von sehen. Du wirst dann live gebannt. Ich sag's dir. Junge, ich bin hinter der Wand. Wie triffst du mich da? Ich hab da durch mir ein Bein gesprayt. Junge, ich hab mir nicht mal gezeigt. Ich war hinter der Wand. Oh, du hast mich abgeballert. Heck. War nicht heck. Hallo, Guys. Ich ruche auch immer das Nissel rein. Ja, ich auch. Ich spiel jetzt grad überhaupt nie auf Sound. Kein Bock mehr. Ja, noch mehr Hits. Schluck noch mehr. Ich ruche einfach nur, dass es vorbeigeht. Weißt du, ich ruche jetzt einfach durch. Schluck noch mehr. Du denkst dich wahrscheinlich auch nur so. Blitzigort, lass es. Einfach rein, rushen. Hast du auch nicht mehr so viel Bock, oder? Deswegen rushst du jetzt auch nur noch rein. Nö, das Spiel ist ja auch komplett lächerlich. Es juckt mich so einen Scheißdreck. Mit CSGO bin ich besser und fertig aus. Junge, juckt mich doch nicht auf Roblox. Jemand besser. Das Einzige, was ich mach hier, dass ich nicht so haushoch verliere. Sonst juckt es mich nicht. Jung, weil ich es mache. Heißt das nicht, dass ich es mache? Sei so nicht, dass es an diesem Tag kommt, wo ich es angekündigt habe. Wenn ich hier wirklich auf Sound spielen würde, wäre ich genauso gut, glaube ich. Aber ich habe irgendwie gar keinen Bock darauf. Ich fange zu try hard. Mach du überhaupt keinen Bock. So, okay, weißt du, was der Reingang ist? Guck ins. Okay, danke. Du wurdest gebahnt. Tschüss. Tschüss. Morgens. Ah, ja, das war mal ein Projekt. Hoophoff, es hat euch gefallen. Morgens nichts mehr. Tschüss. Morgens wirklich nichts mehr. Gibt es auch keine Punkteabgabe. Tschüss. Tja, morgens wirklich nichts mehr. Tschüss. Ja, ist auch noch. Tschüss. Tja, morgens. Tja, morgens. Tja, morgens. Tja, morgens. Tja, morgens. Vielen Dank.